so leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal ein fünf arten von minecraft board spielern mit dem lieben cutie boy der ist ganz oben in der beschreibung verlinkt checkt ihn auf jeden fall aus und ja jetzt wünsche ich euch viel spaß mit unserem geilen video alles klar er lebt noch einer kommt zu mir oh mein gott bin ich schlecht ich krieg für ein bett ich krieg für ein bett hat er noch ein bett was machen wir hier ich hab ich hab irgendwas in der hand was ist das und was kann ich damit machen kann ich schlagen oder hier ist ja nichts was kann ich hier machen ein ich denke ich schlagen da ist ein feind das kostet ja was das kann ich mir gar nicht leisten jetzt habe ich irgendwas in meinem inventar protection 1 hellen guck mal guck mal was ich gekauft habe ja guck mal hier lol ich hab einfach tausend helme gekauft warte mal ich guck mal nochmal oh mein gott was ist das hier kann man irgendwas guck mir her ey lol warte mal warte man kann sich hier ein haus bauen oh mein gott komm wir bauen so eine eigene insel oh mein gott ich baue mir jetzt hier so ein eigenes haus einfach ich höre die gläser oh mein gott was ist das hier hä muss man hier das schönste haus bauen oder oh ich glaube ja ich hab keine ahnung hä wieso wieso wieder zu uns guck mal der würde uns auszustellen der kommt uns besuchen der würde uns besuchen ich glaube der wird oh mein gott der wurde immer zum start der fenster jester was war das einstein gibt es hier sogar cool was hier alles gibt aber wieso braucht man ein endstein um häuser zu bauen keine ahnung warte wir machen hier so ein durchgang damit wir immer zum shop ja cool was ist eigentlich wenn man runterfahren was ist das oh mein gott ich hab karotten gekauft für uns hä was ist jetzt passiert jetzt abgebild hä da im bett wohl hä was hä lass uns mal da hochstecken was passiert jetzt wenn wir runterspringen oder so ich hab keine ahnung ich lass mal da hoch ok jetzt doch hoch hä lol warte mal hä hä ich kann wieso kann ich keine pfeile kaufen hier steht pfeile aber ich kann das nicht kaufen wieso ich kann das nicht kaufen gold da oben ist der ey der hat ja oh mein gott hä was was macht der ich so oh mein gott ich bin in der mitte gesporned hä ich kann fliegen lol fly heck am start ich schwöre ich kann fliegen ich brauche mich jetzt hier einfach nach oben was es gibt es gibt sogar ein kompfer lebende spieler ich brauche mich auch nach ganz oben was was passiert da ey soll ich dir was sagen mhm ich hab ne neue taktiker rausgefunden echt was denn wir müssen einfach jetzt die ganze zeit in unserer base bleiben dann gewinnen wir automatisch das spiel cool ok ich bin jetzt gut steps fahren nice ich lass nur eine base bauen einfach und genau wir dürfen jetzt nur gucken dass wir nicht in die mitte komm lass einfach unser bett richtig gut einbauen ja mach mit cobweb oder so ja 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 ich brauche mal hier so dass ich ich bin jetzt nicht in die mitte ich bin jetzt in die mitte ich bin jetzt in die mitte Cause I promise you I'm a dreamer too heavy on my heart wanderin' the streets tonight Man muss hier in dem Spielmodus ne Bass bauen, gell? Äh, echt? Ja, so hab ich gehört Wie? Weiß nicht Lass einfach mal so ne richtig krasse Bass bauen und dann gewinnen wir, glaub ich Okay Da müssen wir aber auch nicht kämpfen Jaja Kämpfen ist doch sehr gefährlich Ja Wenn wir kämpfen, zerstören die unsere Bass Was ist nicht gut Heavy on your heart Heavy on your mind Wanderin' the streets tonight Ich muss doch kurz die Base schön bauen, okay, ich komm. Ah, der ist bei mir, hilfe! Oh mein Gott, ist das bitter. Oh, was war das für ein Schlag? Ich baue unten weiter. Und hier, guck mal, hier oben können wir dann schießen. Okay. Dann mach ich uns noch so. Heiße, hier ist Cockrogramm, ich hab keinen gehört. Er ist alleine, ey. Äh... Nein, ich kann das Cockrogramm nicht abbauen. Was, was brauch ich denn? Ich brauch Blöcke, genau. Nein, haben wir noch... Vorsicht! Kommt der? Der legt, Alter. Der legt wie sonst noch was. Nice. Alter! Ich bin aus der Reichweite geschlackt, oder? Ich muss unsere Base verschönern. Keiner Dach muss unsere Base verschönern. Guck mal, wir können ja... Guck mal, wir können ja... Guck mal, hier am Rand sparen wir das ab und wir machen einfach hier jetzt noch ein Dach hin. Ja. Und uns hier ausgelassen, wir das dann frei. Ich baue Schnell auf den Kopf, aber... Nein, der Held ist... Was haben wir denn getan? Der greift uns einfach an. Sein Teammate hat verlassen. Loll! Insel Base! Ich ruck was wieder closed down. Okay. Warte, mach das hier einfach so hin. Ich mach kurz den Block weg. Dankeschön. Hier auch. Der Dach ist fertig. Cool. Müssen wir nur noch hier das hier wegmachen. Jetzt können wir überall hinschließen. Warte, ich hole kurz ein bisschen Close Door noch. Dankeschön. Ey, der Typ ist irgendwie komisch. Hallo? Ich dachte, man muss hier eine Base bauen. Wieso kräft ihr unsere Base bauen? Schau dich mal an. Ja, keine Ahnung. Warte, wir gucken jetzt erstmal. Ja. Warte, ich geh mal nach. Ja. Oh, es ist zu, es ist zu, es ist zu. Ja, warte hier. Close Door noch hin. Dankeschön. Nachrichten. in the streets tonight if you're looking for a home you are not alone I can be your guiding light cause I promise you I'm a dreamer too heavy on my heart wandering the streets tonight so das war's das schon mit dem video jetzt würde ich mich über ein like und ein abo freuen und check duty boy aus und bis zum nächsten mal tschüss